um ich glaub ich bin zuhause oh nein schnell alle wegziehen ja, Burgabreißen neu auf vorne wird ja das wollte ich so bei ebenso das ist mehr nicht wirklich stimmig eigentlich wenn ich drüber nachdenken ich hätte schon die ganze zufolge langweilig nicht ganz langweilig ja, das ist das, wenn man nicht genau weiß was man redet und was man reden soll ja, man redet hier sowieso nur so dünnsches eigentlich man arbeitet ja hier gegebenenfalls deswegen geht es Nils wir müssen uns ja alle konzentrieren Nils, der arbeitet so hart, der redet gar nicht mehr ja, ich bin die gerade ganz am konzentrieren ich seh eine Person wo geht es? wo geht es? ja, ist echt so steht so die ganze Zeit in der Ecke Alter, wie viele Tiere habt ihr kein Wunder, dass der Server so lagt ihr Behinderten so wer ah ne, es sind gar nicht so viele wir haben nicht viele bei Nils muss vorbeischauen ja, ja, mein ich ja was willst du? von wem war eigentlich das Enchanted Steinschwert? mir Pech hier Nils, seine Hake ich hab dein Enchanted Steinschwert übrigens nicht äh äh und so ist jetzt auch damit, Alter ja, ist genau so gut wie ein Eisensteinschwert, ja nein, es ist besser es ist, weil es ist besser eigentlich Alter, unsere Essenskiste ist, äh, bald mit dem ganzen Stack, äh Steak Stack Stack, Stack ja, wenn du jetzt hier mal in diesen Ofen reinguckst, in dem oberen hier ach so, du hast ja schon rausgekommen, okay keine Sache es wird auf jeden Fall ein Stack keine Sache keine Sache kein, kein nix hab ich gesagt, so kein nix halt die Fresse ich hab mich zum Mobben ich hab mich zum Mobben sag nur keine Sache ja kein Ding ich wusste es ich hol's nicht das war jetzt ja schon ein bisschen Fail das nicht ich wusste das passiert, ich hab nur gewartet zu hinsetzen was denn? äh, wirken die Sachen hin an die einzige Stelle, wo noch ein Block fehlt ich setz den Block hin die Sachen fallen runter auf den Boden wir sind gerade oben am Dach bauen mhm ja ist jetzt nicht so viel, also die Axt war schon an so, nachdem ich die Eier reingeworfen hab, äh komm ich mal zu euch vorbei, damit ich noch was zeige also hoff ich zumindest, dass es reicht ja, du kannst das Feld zeigen und dir fehlen Schuhe also das Hund ist jetzt hier draußen ich hab einfach gar nix geschafft bisher Nils hm? das Hohn ist jetzt hier welches Hohn? Walter, wir werden wenn du weiter weg rennst, kann ich es dir noch nicht zeigen wie lang so Bauen bei Minecraft teilweise dauern kann ach soo weiss hier ne weil wir's töten nein warte, welches Hohn, zeig's mir erst den Küken, weil du die Eier voll verkackt hast zeig mich auf es macht dich aggressiv warte warte nicht so aggressiv warte nicht so aggressiv du hast dich bewegt die ganze Zeit geh, so bist du hin einen Schritt zur Seite ich bin äh das könnte man gut planen das sehen das war jetzt keine unvorhergesehene Bewegung ich musste nach oben ziehen, ja oooohh ah wie egrad sieht das denn aus ey eigentlich ganz gut Alter, hier sieht das das Haus hier sieht richtig geil aus ja aus ich fühl mich direkt zu Hause das sieht irgendwie komisch aus ja klar sieht das komisch aus aaaah nee, komm mal mitten jetzt bitte das sieht gar mal geil aus, Alter, was hier hier macht bis jetzt hat eigentlich nur Leo gebaut okay Leo ich hab nur beim Boden geholfen bis jetzt Leo, Leo Leo und Maurice äh er bringt an also er bringt Sachen an meistens ja, meistens wenn ich schon viel wenn ich schon genug da ist wahaha, ich bin in eure Burg eingebrochen was? nix was hab ich grad gemacht ne? ach, ich bin der Härte, meine Frau der Härte ist von allen genau Maurice super haha wie ist ok, wie ist super fährt ja hm hm schuld mich mal so daaaah hau doch noch fährt mit, Alter oh, Trockenroll jaaaah Alter, deine siehst du wie deine Arme sich bewegen? ja haha ok, jetzt gehen wir bitte da runter nein, mein Pferd nie wieder haha da steht mein Name drauf jetzt gibts zurück nein bist du einfach Maurice, dein Superpferd Toll, der Schrank, komm ja, das musst du jetzt gucken am besten ist du ein Spinnenauge, damit du höher springen kannst kann man höher springen? nein, komm hier ja gut, Alter ja, weil du dann Schaden bekommst und dann, wenn du Schaden bekommst, kannst du nicht ein höher springen wenn du springst und dann Schaden bekommst das wusste ich alles noch gar nicht ich bin der König der Weltbild das hat man doch eben schon haha 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 nein, scheiße, ich bin jetzt wieder bei Mochis Bob und lass boah, ich hab die ganze Zeit so das Gefühl, ich würde aufnehmen, weißt du so keine Ahnung der schlägt dein Pferd, der Dustin war nicht wahr, Nils hat das beschlagen ich hab auch nichts besseres zu tun, als äh mich erst... hier toll, jetzt bin ich bei den Eiern jetzt bin ich bei den Hörnern Alter, verpiss dich doch einfach, man hast genug gesehen ich hab jetzt beschlossen... das wird das Rathaus, weil das ist so fett geworden, das Haus das ist so fett geworden, das Haus also es ist so fett geworden von der Größe her jetzt nicht von... ich würde mal gegen Enderman versuchen zu kämpfen ich brauche Treppen dafür brauche ich Tropenholz scheiße jetzt hab ich ja jetzt weggebrustet in diesem Schlag Schlag bist der Wendermann schwollt Nils vor der konnte uns einfach schnell fangen pfup jetzt, aha pfup kaum mehr wo ist der? was ist denn zu denn, der Lampe? schau bei uns alter Werther hat sein Notstromaggregat angeschmissen oder wessen Hamster läuft er wieder? oh ey, du Lappen das war mein Ventilator Lauf mir doch nicht was Feuer, du Lappen ich hoffe, es hat jetzt nicht zu viel herzen Schaden gemacht nein mein ganz kleines bisschen halbes Leben weg ne, glaub ich dir nicht ich hab mir auf jeden Fall zwei, drei Herzen, glaub ich, abgezogen ja, reicht auch ja, reicht auch voll zauerte Bogen oh pfupu so der Creeper, der Enderman ist wieder da ja, dann kämpf auch der Creeper, der Creeper der Enderman ist wieder da wow, er konnte ja nicht schlagen wow, fick dich alter du weißt schon, dass du dem auf die Beine schlagen musst, ne? ich weiß ja nicht, was du da machst ja, jedes Mal wenn der Enderman nah genug dran ist der Poz, der sich eh direkt wieder weg na, jetzt war es kurz bei mir war auch kurz bei mir ihr seid tot? nein oh nö, ich glaube nicht wie viel Herzen hast du noch? nee, schlafen noch da noch wo? dann häus' den mal ja, bleib einfach, bleib im Haus nicht schlappen das ist zu anstrengend wir müssen gleich die Folge beenden ja, mach mal jetzt wird dir noch ein angegriffen willst du die Enderman haben? nein als Trophäe, dafür dass ihn fast getötet hast dann fast ok, dann ja nö dass du mich getrollt hast ey, ich hab ein Eisenschwert vom Zombie bekommen willst du das auch haben? nein als Trophäe, dafür dass du noch nie einen Zombie getötet hast komm, nimmst du mein Eisenschwert! heul doch ich guck jetzt, wie er es doch haben fick dich haha schnell weg der war knapp, oder Nils? hör was? der Pfeil direkt links neben dir f*** dich hab ich keine Ahnung rechts neben dir zwei Blöcke guck mal bitte einer von vorne ob die Stufen auf derselben Höhe sind hier riech's gerade bei mir irgendwie wie bei Döner wie bei Döner? wie bei Döner alter Dönerlan, Alter ich brauche ich brauche ich brauche man könnte ja leicht auf den Verdacht kommen, dass wir rassistisch wären wieso? ich weiß auch nicht mein Stiefvater ist schwarz schwarz was ändert das daran, dass wir alle rassistisch sein können? das ist so, nur weil dein Stiefvater schwarz ist vielleicht haben wir ja alle was gegen deinen Stiefvater ne, eigentlich nicht ich weiß es nicht, kenn den nicht ich auch nicht, also ja eigentlich auch umsamm aus gegen Leute haben, die man nicht kennt, ne? Leo, fick dich! ich hasse dich! den kennst du doch du! nein, kenn dich nicht ich chill hier hin und baue am Dach um, was willst du? ich kenn ihn erst seit, äh, keine Ahnung, ein Jahr oder so ja, seit gerade, äh ja, das dauert sogar hin, fast ja, seit fast einer Stunde yeah, boah, noch ein Kloster und wir haben, äh, vier Stücke, dann können wir eine Lampe machen krass krass, ne? eine Lampe die bauen wir dann irgendwo hin, dann war es so falsch, dann müssen wir sie abbauen hm, alter alter, war es unfair gerade Enderman ach, fick dich doch ich war da gegen den Enderman kämpfen und ich bin noch nicht mit dem Dach fertig, es regnend rein, das ganze Parkett geht kaputt lol du musst mal eben unten wischen, bitte Maurice hallo wo wischen? äh, hier in dem Haus, wo das Wasser reinläuft ja, da auf dem Weg ist es ja, die solltest du vielleicht nicht gerade fick dich mit zum Wischen bringen oh mein Gott, ich hab gar keine Rüstung mehr was du liebst, lass 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 lass, geh weg, geh weg du bist doch ein Dut ah, du bist ein Idiot, ne? cool, wenn die Helm hat Dua bin ich jetzt null Oh, ich fall ganz runter. Aha, da oben mach ich übrigens ne Uhr rein, das könnte gar nicht sein. Alter, was ne OP-Spinne. Ihr habt doch so Schafe und so, ne? Vielleicht. Ja, wir haben auch Schafe. Wir haben auch Schafe, ja geil. Wir brauchen nicht schwarze und weiße Wolle. Ja, guck, woher wir bekommen. Echt, dann geh ich nämlich jetzt Tintenfische farmen. Ja, wir brauchen nicht so viel schwarze Wolle. Habt ihr noch ein bisschen was, äh, Redstone? Nein. Redstone kriegt man voll wenig, wenn man's upload. Okay, äh, wir müssen jetzt beenden. Ich würd mal sagen, wir treffen uns überall irgendwo, weil jeder... Wir treffen uns überall irgendwo. Ja, wir treffen uns an der Burg dieses Mal. Nein, 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 nein. Nils, mach mal bitte die Tür auf, mach mal bitte die Tür auf, mach mal bitte die Tür auf, bitte 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 bitte. Danke. Äh, kommst du mal bitte? Nö, ich hab grad zwei Herzen, ich regel erst mal bitte. Unsere Gäste nicht warten lassen. Ich regge. Bist du Gäste? Euch? Bist du mein Zuschauer oder nicht? Nee. Äh. Werd ich schon verwirrt. Ich geh jetzt in die Burg. Ich komme auch und zwar diesmal ohne Ferd. Nee, falsch rum. So, richtig rum. Oh Mann, oh. Kann ich ein bisschen was redstone von euch oder? Ja, hab ich jetzt nicht mit, ne? So, wollen wir da noch eben rüber gehen? Nein. Nein. Oh Lord. Oh Lord. Diesmal nicht aufm Huhn. Jetzt. Fleisch. Welches Level hast du erreicht? 20. Immerhin habe ich diesmal auch etwas geschafft. Was habt ihr denn geschafft? Ich hab meinen Bogen repariert. Ich hab ein Gehege gebaut. Ich bin jetzt hier fast Level 30. Hab meine Rüstung. Du bist. So rum warst du Eisen oder so? Ja. Du bist. Du bist. Ich brauch einfach alles. Ich brauch einfach komplett alles. Ich brauch Redstone. Komplett alles kann ich dir nicht geben. Scheiße. Ja, Eisen und Redstone, dann wär ich glücklich. Okay, das packen. Das passt. Alter, das sieht so... Ist das dann aber die Scheune oder was ist das dann? Nee, das ist Rathor. Boah, du Pussy. Ach, f***. Ich hab keinen Bock mehr. Okay, alle zur Burg. Alle zur Burg. Alle zur Burg. Sind bei der Burg. Okay, Leo darf da stehen bleiben? Ja. Okay. Dustin, kommst du? Ja, bin da. Fangt jetzt nicht schon wieder an. Ey, hör mal dann auf mich zu schlagen. Ja, Nils, jetzt hast du angefangen. Alter, lass das lieber, weil das ist keine Rüstung. Ich hab auch kein Leben mehr. Ey, so rum, ich hab doch zwei Redstone. Nein, reicht nicht. Okay, dann... Jetzt mal ehrlich, jetzt fangen wir nicht wieder bei letzten Mal an. Das war 15 Minuten lang, äh, Schüsse. Ja, 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 ja. Ist ok. Alter, es regnet. Es ist so ok. Das ist so eingeplant. Ich muss da... Ich... 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 Ja, okay. Dann sagen wir jetzt mal, fickt euch da unten. Ja, das sagen wir. Danke fürs Zuschauen, ne? Danke fürs Zuschauen. Das und fickt dich. Scheiße, warum? Ja! Ich geh zu, Leo. Leo möchte noch was sagen. Tschö. Maurice. Tschö. 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 Jerome. Tschö. Hallo. Schwuchtel. Jerome. Tschö. Okay, ich sag auch Tschüss. Tschüss, tschüss.